Ich war gerade in Ihrem Museum, was ich bedrückend und beeindruckend fand, aber man hat den Terrorismus dieses Regimes mehr als deutlich gesehen. Und meine Damen und Herren, ich würde mir wünschen, dass in Europa noch mehr diese Bilder gezeigt werden, welch grauenhaftes Regime hier im Iran regiert und dass es dringend notwendig ist, dass dieses Regime abgelöst wird.